Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme von LOL Fizikofletters, was weiß ich Boah, jetzt gerade wenn ich anfange, wird es überslaut Ähm, genau Mit dabei ist, ähm EliteLP auf Schrägstrich Jackie123 Als SPL und ich bin mit Zett unterwegs Und, ja, wir spielen den neuen Spielmodus Wir spielen den neuen Spielmodus Sension Und, ja Ich hab keine Ahnung Was? Ich hab keine Ahnung Ja, ja Das Sachsen jedes Mal Ja, normal Äh, äh Dort, K. Rolf, Fuhu, Schiri Gut, Schiri, Schiri Ja, ich hab ihn Ja, ich hab ihn Ich hab Ne, fast gekillt Ich bin gleich hoch Ich bin gleich hoch Ich bin gleich hoch Ich bin gleich hoch Ich weiß Der weg Wir dürfen die nicht das da bekommen lassen Ja, ich hab ihn Ich hab ihn Ja, ich hab ihn Ach, der hat der kommt, der ist die Ding Die dürfen das da nicht... Death it. Wir müssen das da deffen. Death the big boss. Komm jetzt auf. Du musst das spielen. Immer spielen. Scheiße das machen. Immer spielen. Scheiße. 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 Schaden. Schaden. Ease. Scheiße wir können das jetzt nicht machen weil wir zu low sind. Scheiße wir müssen das deffen. Nein die machen das. Du hast deine Ulti ne? Ja okay dann hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Die sind da alle. Wir müssen echt aufpassen dass die das nicht bekommen. Jetzt mach, mach ult, mach ult. Und das Geld ist. Ich hab keine Mana Probleme. Genau. Ja wir müssen dich echt selten. also pass auf wo du hinläufst. Pass auf wo du hinläufst. Ich brauch das hier. Ah fuck. Aber so lange ich nicht in Wische rennen bin ich ja safe. Ja ja. Ich glaub ich war das. Nein schade Mann. Sehr schade. Scheiße. Bleib irgendwo weg. Bleib irgendwo weg. Da sehen sie dich. Glaub ich. Ja da kannst du bleiben. Da solltest du bleiben bis wir alle wieder da sind. Also das ist so eigentlich der Trick dabei. Den. Den. Den großen immer safe. Ja so lange. Wie spawnt er ja nicht ne? Ja genau so lange wie spawnt er halt nicht. Und das ist das Opeige. Das O. Ja. Das Starke. Du musst halt immer so hinten bleiben. So dass die dich nicht rausblicken können. Ja ich hole noch kurz das Ziel. Ja. Wir sehen ja nur dass das Ziel weg ist. Wir sehen ja nicht. Ja. Sehr schön. Und jetzt viel. Nice. So jetzt Position wechseln. Wo bist du? Okay du bist. Ich hab mein Domei rauskommen. Ich hab mein Domei rauskommen. Echt? Nice. Ich glaub ich hab. Ich glaub ich hab. Ja. Jetzt kommt die mich holen. Du musst nie haben. Wollen. Ich hab ich mir nicht festgestellt. Wollen. Oh pass auf, es hat du kannst immer wieder ein paar Ultis reinfeuerungen. Also so ein paar Kurser. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Oh die. 20 Sekunden. Ja. Amo. 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 Oh, shit, 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 scheiße, scheiße, nein, mach Ulf, oh, die macht so fisch, jetzt geh nach da oben, geh nach da oben, irgendwo, da, wo du dich nicht sehen, scheiße, wenn ich dich jetzt finden, man, die wissen nicht, wo du bist, haha, wie dumm, richtig geil, du bist richtig schlau, let's play, äh, hide and seek, ne, wir haben hide and seek, erfahrt, let's say, äh, find, äh, find the Sreal, fight the Sreal, fight the Sreal, oh, alter, ich hab mach grad, in 15 Sekunden, mach Ulf, mach Ulf, achso, 10 Sekunden, ja, so OP, solange die dich nicht finden, ne, das ist so, fun, also wenn der die zu, den, jetzt hast du die Klopfer raten, hau ab, du musst abhauen, holy shit, fuck, jetzt bist du down, dir wissen jetzt auf jeden Fall, wo du bist, killin, 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 du hast doch mehr, du kannst ihn easy killen, guck, so, pass auf, ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich bin auf dem Weg zu dir, was denn? oh nein, du bist nicht tot, oder? solange du nicht stürt, ist doch alles gut was sagst du? die ist scheiße, bist du boah, du lebst noch gut ne 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 ab wie lange der schon nicht gespawnt ist oder so einfach das gehen gerade noch im 6 was muss du nicht ich habe über 3.000 die Besucher nicht sterben nur noch 3 es gibt es Worte jetzt wird es aber Zeit Mauer genau ich bin zehnmal schneller als er Feil dich! Feil dich! Fuck! Scheiße! Wuiiii! Wir haben so fast! Ist der Pi! Wo du bist? Boah, pass auf Junge! Ey! Wenn du für uns wegstürfst! Ich kann nicht helfen! Scheiße, Mann! Holla die... Nein! Boah, pass auf! Ich... Ich schaff... Ich fährt schon richtig verrückt, Mann! Und wir müssen das Spiel dann noch gewinnen! Nicht nur den Tipp immer behalten! Vor allem, du bekommst keine Items! Ich könnte mir jetzt schon statisch dich holen und noch ein anderes! Ja, du hast richtig viel wahrscheinlich! Nein! Ich habe 4.700 Gold! Ja, geht ja noch! Ja, das Ziel kann ich vergessen! Das Ziel kann ich vergessen! Für mir das Ziel unten! Ja, ich bleib bisschen bei dir damit ich dich schützen kann! Da ist noch ein hier! Da, da! Boah! Ach, ja! Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Wo ist denn los? So, das ist halt... Oh, ich komm, ich komm, ich komm! Mach die Tower Downs! Mach die Tower Downs! Mach die Tower Downs! Weiter nehm dich hier und wieder hier ist! Ja! Ach! Ich fahr! Ja! Das ist halt ganz schön! Sehr schön alt! Sehr schön alt! Du hättest vielleicht eine W-Clare, heute... Das war ein bisschen... sehr schwer... Wie Curious! bisschen kämpfen geile ist vorbereiten hopple und ich habe 20 Sekunden wieder meine ich mach fast tausend Schaden mit der ULT Wacher schießt die ULT 10 Sekunden ah schade kriegst du nichts mehr ne du bekommst nichts mehr aber ich könnte 200 Seiten sind so low ja mach ULT mach ULT jetzt auf den versuchen den zu treffen du musst deine Position verändern sonst kommen sie zu dir nicht einfach nicht reingehen Alter ich steh einfach 5-2 mal hast du deine ULT ja in 10 Sekunden komm 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 wird wir brauchen immerhin es gibt irgendwie verstehe ich nicht diese sieben nicht nur mal rumläuft die Kälte ist das Job das kommt die Tarnung während des Ausstiegs immer sichtbar selbst das heißt wenn ich im hohen Gras stehe ich habe 25 Sekunden schon wiederholt wir geben Gott noch gut nicht mehr irgendwas man muss wiederholen so immer zehn Sekunden an da würde ich jetzt gerne gemacht aber jetzt ich bin so langsam ich bin so langsam ich bin so langsam ich bin so langsam ich bin so schnell ich bin so langsam Schau dir mal die Items an, Alter. Wenn wir den kriegen, wäre es echt nicht schlecht. So. Gerade? Haben ihn? Jetzt. Jetzt wird es wieder knüpfig. Scheiße. Du hast ihn wieder! So wie kommst du wieder? Egal, solange wir ihn haben, ist nicht schlimm. Capture die Relics. Einfach nur die Relics Capture, das ist wichtig. Ich habe einfach so mieser Kiefer. Ist doch gut. Jetzt machst du noch mit der Mensch. Ich mache mit meiner Ult. Jetzt zerstören wir die Gratatat. Nice. Ich mache mit dem auch. Nice. Wieder die Dinger nehmen. Nimmst du das oben? Sieht zu geil aus, wenn ich das mache. Yes. Willkommen. Ja, der ist da. So, nein. Machst du irgendwie noch Explosionsschaden? Nee, meinst du's? Weil ich zwischendurch sage, ich mal so eine Explosion höre. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ja, ich meine Ulti. Ich habe mich in Sett gesehen, der mit seiner, nachdem irgendwie seine Ulti macht, nach seiner Ulti macht, das passiert, kommt ja auch noch Schaden, ne? Ja, der hat über 2000 Schaden gemacht, nach seiner Ulti. Ja, das ist ja, das... nach seiner Ulti ist ja seine Ulti. Ja, damit hat er 2000 Schaden getippt. Ja, normal. Er wartet, dass du die auslaufen, genau. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 11, 9, 10. Danke dass das gesehen was ich ihn noch von Brautlian Hälschen ja ich hab ja Probe jetzt schon mal nicht ich kann es wird das ist wie ein Flaschen ja 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 ich hab schon wieder 2.000 wo ist der und pass auf man wir haben wir sind so nah dran den scheiß zu gewinnen und dann bekommen wir das geile icon und das will ich haben ich hab so bock auf das ich hab meine ulti so die dürfen mich nicht bekommen so so da war dann machen wir so du machst das oben allein macht man das so schnell der gewaltungsweiter und so weiter ein ein bisschen unloblich doch was auch man muss fast auf fast auf hallo vorhanden gestürzt kann bei der Portion Ojo kommen Kostanz ist sogar noch noch schwuler Bist du weg bin ich Ich seh's doch Nice Go 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 Die haben halt gar keine Chance Chance Haha Aber das ist übelst unvoll Das meine Ulti-Karten Oh fuck Ich hab das machen können Ich hab die Perfect Ascension Zwei Mal alter Zwei Mal Das lief so gut Ja